Ey, wir können auch die 100k-Filme machen, habt ihr recht? Guck mal, seid ihr Ehrenmenschen? Wir müssen nur 300 Abos rüber schicken, da hat diese gut einfach 2020, 100.000 Abos geknackt. Weit 100k-Special, wallah, bis unumassen, dicker. Bis unumassen, inshallah. Läuft bei dir, läuft bei dir. 300 Leute rüber? Leute, 300 Leute rüber? Ich packe euch hier den Link in den Chat. Kuss an alle. 100.000, gönnt dem, gönnt dem Bre. 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 ein ja 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nee, du siehst so aus wie so ein Junge, der geschminkt ist. Nein, ich hab Krebs! Alter, das... oh, das tut mir ultra leid. Diese Gute, das kannst du doch nicht reinschneiden, Bruder. Der war hart, Bruder. Nein, ich hab Krebs. Ey, ey, ich hab jetzt gar nichts Witziges erwartet, ne? Ich dachte mir, ja, irgend so ein dummer Spruch. Ey, ihr habt alle selber gelacht, also tut jetzt nicht so. Das ist leider genau mein Humor. Und wisst ihr, was das Geile ist, Bruder? Der Admin ist auch Code. Er kann darüber lachen, so zum Beispiel. Und wisst ihr, was das Geile ist, was das Geile ist,